Hallo! Viele Grüße von unserer Montagsprobe. Wir sind in Vorbereitung für die Eröffnung von unserer Weihnachtssaison. Am Donnerstag geht es los und viele Konzerte, wir haben viele, viele Konzerte und manche davon sind schon ausverkauft. Zwei Möglichkeiten, wo es noch Restkarten gibt, sind in Hesheim, in Mainz, beim Weingut Leber am 7. und 16. Dezember. Ja, wir haben ein Lied für euch. Wobei nach. Merry Christmas allei's! Merry Christmasど wont? Ah, wir brauchen die Weihnachten. Vielen Dank.